Wir machen heute ein minecraft video ganz alleine in ein paar videos bin ich ja aber noch mal das intro wir wollen heute schweine finden weil in meiner klasse gibt es eine die liebt schweine und da werden wir suchen jetzt schweine bis gleich da ist ja irgendwas aber ein schaf ein schwarzes schaf schaf wenn du es bist entschuldigung schaf ich muss dich in ruhe lassen ich habe zuerst gedacht ein schwein aber leider nicht wir sehen uns gleich wieder hoffentlich finden jetzt wieder ein schwein hoffentlich leute ich habe ein schwein gefunden leute nein komm bitte bitte nein komm jetzt komm jetzt wo bist du schweine 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 nein nein bitte nicht ich will Lotta nicht ähm ich meinte Greta nicht enthalten schweine 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 hast du bitte vielleicht schweine gesehen schweine schweine orial schweine tut mir leid Greta aber immer noch kein schaff die finści es gibt hier wirklich keine schweine wir suchen weiter ich habe mich wein gewonnen er ist nicht wein hallo wir haben ein schwein gefunden da ist es hallo du kleine fraz da ist er kleine fraz kleine fraz frazzi kleine frazzi hallo kleine frazzi kleine frazzi wir können ihm leider nichts zu essen geben frazzi kleine frazzi kleine frazzi kleine frazzi kleine frazzi ihr schweini ich habe Hunger ich habe nur paar Sachen ich habe keinen Bock wir sind so doof was wird das Leute wartet schnell kleine frazzi ja leider habe ich magst du vielleicht was ist das was was eichen schätzle kleine frazzi kleine frazzi kleine frazzi schweine sind echt so süß tsch revis lol tschüss tschüss pale frazzi chest tschüss tschüss ext tschüss pes pat tschüss 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 tschüss